Also Xentes Laufradl sind für mich einfach die top Laufräder am Markt. Ich bin echt richtig froh, dass wir die im Team fahren können, weil sie einfach extrem schnell sein und stabil sind. Wir haben kaum Bannen gehabt, kaum irgendwelche Defekte mit den Laufrädern. Und für mich der größte Bonuspunkt der ganzen Geschichte und der Marke ist einfach, dass es ein österreichisches Produkt ist und das finde ich richtig gut. Bis zum nächsten Mal.